Kahn-Bruder nennt Hauptproblem des FC Bayern Oliver Kahn, 54, wird für fast zwei Jahre bis Mai 2023 Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München sein. Daher besteht kein Zweifel daran, dass der ehemalige Nationaltourwart in der aktuellen Krise eine wichtige Rolle gespielt hat. Allerdings sah sein Bruder ein Problem bei seinen Spielern. Im AZ-Interview begrüßte Axel Kahn, 58, zunächst den EM-Ausschluss von Leon Goretzka, 29, und nannte als Grund das Fehlen eines zentralen Mittelfeldspielers. Eines der größten Probleme des FC Bayern München ist der Mangel an Topspielern, sagte Oliver Kahn's Bruder später. Auf die Frage, ob beim FCB Persönlichkeiten wie Manuel Neuer, 38 Jahre, und Joswa Kimmich, 29 Jahre, auf dem Platz stehen, antwortete er, für mich ist der Anführer nicht derjenige, der auf dem Feld gut funktioniert, sondern kein anderer, als Thomas Müller es heutzutage am Mikrofon richtig hinbekommt. Dies sei laut Kahn der Grund dafür, dass die Bayern zuletzt keine gute Form gezeigt haben, weder bei den Spielern noch bei den Trainern. Bayern München keine klare Hierarchie-Spieler, die zu Führungskräften heranwachsen, werden durch die Entwicklung behindert. Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung des ehemaligen Zweitligaspielers Joswa Kimmich. Trotz seines Talents und Intellekts dürfte er nie ein Anführer werden, beklagte Kahn. Kimmich hat nur zwei Jahre verloren. Der Verteidiger Thomas Müller, 34, spielte sehr wenig. Es gibt also keine Hierarchie oder Achse, sagt der gebürtige Karlsruhe. Bayern muss neu finden. Kahn. 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 Kahn.